Musik Guten Tag, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute bin ich mal mit einer grossen Gruppe unterwegs. Es wird sicher eine ganz, ganz schöne Wanderung geben. Da vorne wurde sehr viel Holz gefällt. Jetzt geht der Wanderweg zu diesem Massenhoch. Da oben am Waldrand entlang. Musik 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 Jetzt haben wir den ersten Aufstieg schon gemacht. Und da vorne kommt dann noch der zweite Aufstieg. Da oben haben wir die erste grosse Höhe schon erreicht. Aber da hier vorne geht es noch ziemlich steil hoch. Da ein Blick ins Emmental, das Gebiet von der Blasenflur, Geissrücken, dieses Massiv. Musik Da vorne verschwindet gerade das Schloss Drachselwald. Da hier in dieser Lücke. Es ist heute sehr angenehm zum Wandern. Leider ist die Fernsicht zu den Alpen uns heute verwehrt. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da. Jetzt sind wir auf dem Ramisberg. Da konnte man lange Ferien machen. Das ist jetzt leider auch vorbei. Und wir machen jetzt dann da vorne auch eine Pause. Übrigens, von da oben würde man die ganze Alpenkette wunderbar sehen. Ganz ein schöner Rastplatz. Das ist schön zum Verweilen. Das ist schön. Da vorne geht es jetzt weiter den Hügel hoch. Das ist eine alte Käserei. Und von da oben hat man ganz, ganz schöne Aussicht. So, jetzt geht es dann hier hoch. So schön der Ausblick von da oben. Jetzt haben wir einen ganz, ganz schönen Waldweg. schon fast eine Autobahn. Ein bisschen ein Durcheinander da im Wald. Und das da unten ist Holz für den nächsten Winter. Da sieht man jetzt gut. Wie viel am Höhe wir gewonnen haben. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Das schöne Spicherli mit alten Werkzeugen dran. Und auf der gegenüberliegenden Seite das grosse Bauernhaus. Noch schön da oben durch. Da ganz im Tal hinten, rettet es. Und wir kommen schon bald beim Ziel an. Es war eine sehr schöne Wanderung. Liebe Wanderinnen und Wanderer, das ist jetzt unser heutiges Ziel. War eine sehr schöne Wanderung, hat grossen Spass gemacht. Ich danke, dass ihr mich wieder begleitet habt. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal dann in Polen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020